Hallo, 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 wir sind hier wieder bei Shogi Banoki Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Hier ist der Marc Hagenbeck, Mentalist, Gedankenleser, Rampensau und was auch immer noch, was bist du noch? Mensch. Mensch und Mann. Hm, egal. Ja, wir haben heute den 28. Juno und wer hat heute Geburtstag am 28. Juno? Ja, heute hat Geburtstag, haltet euch fest, die Cassie Bates. Ihr kennt sie alle aus Misery. Ja, die spielt immer so die fiesen, ne? Genau, also das ist wirklich gerade hier bei Misery, also unglaubliche Szenen, eine unglaublich ausdrucksstarke Schauspielerin. Genau die richtige Besetzung auch für diesen Film gewesen. Ich mag sie unheimlich gerne als Schauspielerin und sie wurde geboren am 28. Juni 1948 in Tennessee. Achso, ja. Und am 28. Juni 2014 ist in Sarajevo der habsburgische Drohnenvölker Franz Felderndt und seine Gemeinde ermordet worden auf offener Straße. Zing, zing, ping, ping. Weißt du noch? Ja, ich weiß noch. Weißt du noch, damals warst du live dabei? Ich war nach Brötchen holen. Und das war ja auch der Auslöser für den Ersten Weltkrieg. Richtig. Ja, das war wirklich eine traurige Sache. Ja, und was war noch am 28. Juni? Oder was ist am 28. Juni? Na. Na, was denn? Was ist heute? Sag. Das sehen wir doch hinter uns. Christopher Street Day. Christopher Street Day, ganz genau, ja. Am 28. Juni Gedenktag international Christopher Street Day. Ursprünglicher Gedenktag heutzutage findet er meist an einem Wochenende statt. Ja, am 28. Juni. Wohin gedenken wir eigentlich beim Christopher Street Day? Beim Christopher. Wenn wir sagen, dass wir gedenken. Christopher. Ja, das ist der bekannte Schauspieler Christopher Street. Der hat das Ganze sozusagen. Ach, der hat dieses Schwulenpornos gedreht. Genau, ja, ja, genau. Ja, und am 28. Juni 2007 war ja so ein Zwischenfall im Kernkraftwerk Brunzbüttel. Oh, haben wir davon ein Bild? Das wurde abgeschaltet. Hier, zack, zack, das ist Brunzbüttel. Genau. Und das wurde dann damals abgeschaltet, weil irgendwie ein Transformator brand war. Und das war in unmittelbarer Nähe von Hamburg ist das ja. Also wenn da was passiert wäre, zacki, zacki, das wäre ein bisschen doof gewesen. Das ist krass, Leute. Ja, genau. Das ist wirklich krass. Das war 2007, am 28. Juni. Wir haben jetzt über der 28. Juni so viel gelernt. Boah, da war Brunzbüttel, da war Sarajevo hier und da ist Christopher Streetstay und die Katie Bates, die hat auch Geburtstag. Ich sage ja immer, Leute, hört auf, euch Klingeltöne runterzuladen. Guckt lieber den Kanal hier. Shoki Banoki! Und auch ganz viele andere Formate, ne? Tausende. Was gibt es denn eigentlich alles? Late Night, abgegrätscht, die Original-Kreisliga-Kneipenshow. Ja, die ist auch gut. Was weiß ich noch. So viel. Live im irgendwas. Die lange Leitung. Die lange Leitung, ja. Das wahnsinnig fette Bräute. Ja, auch gut. Shoki Banoki, Zock für Bernhard. Das musste alles mal. Ist ja egal. Komm, hören wir auf mit der Werbung jetzt hier. Cheerio, Miss Sophie. Tschüssikowski.